Hallo liebe Leute und willkommen bei dem Witz von Utgir. Heute noch ein Türkenwitz. Moment, tut mir leid. Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Utgir. Heute noch ein Türkenwitz. Und zwar ist der von Mösepaul und er hat den unter den anderen Türkenwitz geschickt, geschrieben bei YouTube. Und der Türkenwitz, der geht so, ähm, was ist gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Türkisch? Hat's viel da, hat's viel weg. Und Erklärung, Hartz 4 ist ja das arbeitslose Geld, ist da, dann ist es gute Zeiten für Türken. Und Hartz 4 ist weg, wird gestrichen, dann ist es schlechte Zeiten für die Türken. Oh, okay. Schau, komm, bitte.